Wir wollen für unsere Themen werben, wir wollen für Martin Schulz Unterstützung generieren und deshalb sind wir on Tour. Auf dieser Tour haben wir unsere schönen Postkarten mit. Bei dieser Postkarte geht es um Steuervermeidung. Wir kämpfen für ein solidarisches, für ein besseres Europa und jetzt geht es auf die Straße zu den Menschen, damit wir am 25. Mai eine SPD-Mehrheit schaffen. Vielen Dank.